Musik Monatelang hatten die Bremer Unicycler unter der Leitung von Dagmar und Michael Kusch Kostüme genäht und Handpumpen gebastelt, um das Bremer Publikum beim Freimarktumzug 2014 mit dem Motto orientalisches Treiben auf fliegenden Teppichen zu begeistern. Musik 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 Applaus Geilbein! 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 Escher! 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 Auf fliegenden Teppichen, das ist Ihre Losung, das ist Ihr Motto für dieses Jahr 2014. In Bremen, Unicycler mit der Nummer 95, da kann man sich noch mal ein bisschen die Hände warm klatschen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, auch tolle Kostüme in diesem Jahr. Wieder die fliegenden Teppiche, die Bremen Unicycler. Escher Freimark! 90 Bremen Unicycler, Tausend und Einrad, orientalisches Treiben auf fliegenden Teppichen. Märchenhafte orientalische Wiesen kommen nach Bremen auf fliegenden Teppichen, schweben sie durch die Straßen. Ganz toll! Verkleidet! So, nach der 98, wir wussten wir, die Spielgemeinschaft her, Spielmannsjüge Grasberg, Allerstedt, Bulleshofen, Willenspiegel ist ja. Das ist das Motto. Also, die Band wird...